Ich begrüße Sie zu Israel.netz.tv Vor 70 Jahren wurde Israel in die Vereinten Nationen aufgenommen. Diesen Jahrestag hat Bundesaußenminister Maas zum Anlass genommen, die UNO für ihren Umgang mit dem jüdischen Staat zu kritisieren. Israel werde in UN-Gremien in unangemessener Form angeprangert, einseitig behandelt und ausgegrenzt. Dies sei schmerzlich und unbefriedigend, erklärt Maas. Und damit hat er Recht, wie zum Beispiel ein Blick auf den UN-Menschenrechtsrat zeigt. Seit seiner Gründung im Jahr 2006 bis zum Sommer 2015 hat das Gremium 117 Resolutionen verabschiedet, die Länder für die Verletzung von Menschenrechten verurteilen. 62 dieser Beschlüsse richten sich gegen Israel. Alle anderen Länder der Welt zusammengenommen, darunter sämtliche Diktaturen, wurden 55 Mal verurteilt. Die USA haben den Menschenrechtsrat mittlerweile aus Protest verlassen. Großbritannien, Dänemark und Australien haben den Rat aufgefordert, seine Voreingenommenheit gegen Israel abzulegen. Die Kritik richtet sich vor allem gegen Tagesordnungspunkt 7 der Agenda. Dieser sieht vor, dass sich der Rat bei jeder seiner Sitzungen mit der Menschenrechtssituation in den palästinensischen Gebieten beschäftigen muss. Einen solchen festen Punkt gibt es für kein anderes Land. Bislang ist die Bundesrepublik bei den Vereinten Nationen nicht unbedingt als Freund Israels aufgefallen. In der Vergangenheit hat Deutschland immer wieder Resolutionen unterstützt, die von Israel feindlich gesinnten Staaten eingereicht worden waren. Oder es enthielt sich. Zur Begründung hieß es dann meist, das deutsche Abstimmungsverhalten habe es ermöglicht, den israelkritischen Ton der Resolution abzumildern. Erst im März hat der Bundestag einen Antrag der FDP-Fraktion für eine stärkere Unterstützung Israels bei UN-Abstimmungen abgelehnt. Wohlgemerkt, bei all den Diskussionen um Israels Behandlung durch die Vereinten Nationen geht es nicht darum, Kritik an Israel zu unterbinden. Es geht schlicht um eine faire Behandlung. In seiner Erklärung spricht Außenminister Maas von tiefer Verbundenheit mit Israel. Er stellt klar, Israels Sicherheit und Existenzrecht dürfen nirgends und durch niemanden infrage gestellt werden. Diese Worte des Außenministers sind richtig und wichtig. Doch den Worten müssen Taten folgen. Ein Anfang ist gemacht. Vergangene Woche erteilte der deutsche Vertreter der jährlichen Anti-Israel-Resolution bei der Weltgesundheitsorganisation erstmals eine Absage. In der Resolution wird Israel für die schlechte Gesundheitslage in den palästinensischen Gebieten verantwortlich gemacht. Nun bleibt zu hoffen, dass der Gesinnungswandel der Bundesregierung anhält. Es dürfte auch in diesem Jahr noch genügend Gelegenheiten geben, um zu zeigen, dass die Zusicherungen des Außenministers nicht nur leere Worte waren. Untertitelung des evaluator slipped pet trading eventuelles сюж microbiota.